Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder von Pumping Tree und ich muss euch heute was sagen, denn ich habe einen Freund. Hallo, ich bin der Hannes und wir sind seit einem Monat zusammen. Und das war es schon wieder mit meinem Video, heute ist es leider nicht so lang geworden und ich hoffe, ich schalte das nächste Mal auch wieder ein. Tschüss. Oh mein Gott. Scheiße, was ist das denn für Schwuchtling? Warum muss man das auf YouTube sagen? Das ist doch nicht so cool, Alter. Das ist doch mich. Wir dachten ja, dass er eine Freundin gehabt hat, jetzt kommt er mit dem Jungen da an. Oh mein Gott. Und zu einem waren wir befreundet. Wirklich. Was sagt ihr heute noch am Nachmittag so? Also ich gehe zum Marius Party. Ja, das ist ja. Eingeladen. Oh nee, verpisst euch. Verpisst euch. Man, lasst doch mal in Ruhe, weißt du? Die haben doch auch nichts getan. Wir fahren dafür auch noch zusammen mit denen. Ja, und wenn ihr auch keinen Bock mehr auf sie habt, dann lasst sie einfach in Ruhe. Und scheiße nicht die ganze Zeit. Ja, dann hat sie doch mit denen ab, ey. Dann haben wir uns wohl Ruhe. Ja, dann haben wir ja. Und die haben wir ja. Dann gehen wir mal abschüllen. Endlich seid ihr weg.